Der Glückwunsch an Simon Schemp, dem Sieger dieser 12,5 Kilometer langen Verfolgung im russischen Khanty Manzisk. Beim vierten Schießen ein Quartett gleich auf, darunter auch Simon Schemp. Alle vier müssen in die Strafrunde. Ein harter Kampf auf der Schlussrunde. Nach 10,9 Kilometern konnten sich der Norweger Johannes Tinizbö und Simon Schemp absetzen. Die Entscheidung auf der Zielgeraden. Simon Schemp mit dem stärkeren Willen, der besseren Form. Bei 20 Schuss, 17 Treffer, der Sieg vor dem Norweger Bö. Wir waren beide sehr kaputt, gerade beim letzten Schießen. Wir haben uns beide nicht leicht getan. Dann sind wir zusammen auf die letzte Runde. Natürlich ein schöner Ausgang für mich. Ebenfalls auf dem Podest als dritter Erik Lesser.